Herzlich willkommen zum aktuellen PQ Primetime Chart Check, unterstützt durch unseren Werbepartner Goldman Sachs. Heute ist Aschermittwoch und nachdem uns gestern eine Frage zu Activision Blizzard erreichte, haben wir uns gesagt, machen wir doch gleich das nächste Video daraus. Ja, Activision Blizzard, muss man nicht viel zu sagen, Call of Duty, Skylanders, World of Warcraft sagt den meisten schon alles und wer es bislang tatsächlich nicht wusste, hallo Mama, die machen in Computer und Videospiele und sind zuletzt ziemlich unter Beschuss geraten, sorry für das Wortspiel, konnte ich mir an dieser Stelle aber nicht verkneifen. Jedenfalls sehen wir im Chart diese breite Seitwärtsrange aus dem vergangenen Jahr, die mit dem Rutsch unter die 65er Marke und das anschließende Gap aufgelöst und in einen Abwärtstrendkanal umgewandelt wurde. Wobei wir hier streng genommen einen fallenden Keil vorliegen haben und der ist, das sagt der Name eigentlich schon, zunächst bearisch zu interpretieren. Dabei müssen wir uns jetzt genau zwei Chartmarken merken, nämlich die bei 40 Dollar und die untere Keilbegrenzung bei 36 Dollar. Wenn Activision da nämlich nach unten durchbricht, müsste mit weiteren Verkäufen gerechnet werden, denn, und das ist jetzt im Chart nicht mehr zu sehen, wir blenden die Linie aber einfach mal schnell ein, exakt auf diesem 36er Niveau plus minus bildete die Aktie im Winter 16, 17 einen Boden aus und startete von dort die Rallye, die im Allzeithoch bei 84, 68 Anfang Oktober gipfelte. Womit wir auch schon bei der Oberseite sind, denn um jetzt aus diesem Keil auszubrechen und neue Long-Impulse zu generieren, müssen die Papiere zwingend über die obere Keilbegrenzung bei 44, sowie die 45 Dollar Marke und am besten direkt im Anschluss auch gleich über das Februar Zwischentop bei 46, 59. Damit ist allerdings erst der erste Schritt gemacht. Um sich aus diesem Abwärtszug endgültig zu befreien, wäre ganz klar der Sprung über die 50er Marke und die Tops aus dem Januar bzw. November erforderlich, damit die Kurslücke dann bei 63 Dollar geschlossen werden kann. Wo übrigens auch der GD 200 verläuft. Das heißt, wir reden hier von einem Erholungspotenzial von rund 50 Prozent. Das bietet sich für Zocker beim bullischen Keilausbruch für einen spekulativen Long-Trade an, allerdings nur mit der entsprechenden Absicherung. Und wer schon drin ist, braucht Nerves of Steel. Hey, das wäre doch ein super Titel für das nächste Spiel. In diesem Sinne, Ihnen noch einen schönen Tag. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, würden wir uns über einen Daumen hoch sehr freuen. Vielen Dank dafür und Servus, bis morgen.